Und da sind wir wieder zurück bei Lords of the 4MW Maru Und wir müssen erstmal noch irgendwo das Portal finden, um unseren Stag abzuholen Aber da habe ich natürlich keine Chance gegen uns gehabt Ich soll jetzt gleich ziemlich fies kommen, wurde mir vorhin Horchi mitgeteilt Geht sich lang Hier auch nicht Hier oben soll das Belohnungsportal sein Kerscher hat ihn fast auseinandergerissen Kaslo ist auch verletzt Ich muss ihn finden Kaslo wurde in der Zitadelle versorgt Er sucht jetzt nach etwas, das er Wegpforte nennt Sieh bei der Kapelle am Friedhof nach Und jetzt geh mir aus dem Weg Dieser Mann braucht Hilfe Ich suche jemanden in der Zitadelle Vielleicht hat Kaslo keine andere Wahl gehabt, als sich mit einem wie dir einzulassen Aber mir reicht ein Blick, um zu erkennen, was du wirklich bist Bleib schön hier draußen Er sucht nach dem Ort, von dem aus die Roga in die Abtei eindringen Geh zum Friedhof Du hast hier Feinde Und zwar nicht nur die Roga Geh jetzt und bleib von mir und meinen Männern fern Ja, äh, irgendwann möchte ich umhauen, du Dieser Kerl, du Und dann Mein Arsch Da hinten ist es Kissen Kissen Huh? Hey Ich werde jetzt mal den Schatz mitnehmen Äh Zur Kugel sollen wir rennen Nehme ich mal an Schatz- 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 Hier Die Schatz- 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 Ey, relax auf dir, wie geil. Ey. Oh yeah. Oh gotcha. Oh gotcha. Ich verlasse mich jetzt in Ruhe. Mit Ruhe ist verschlossen. Ich hätte die Uhr später liegen lassen. Genau. Hier. Ausgang. Teilbargebiet. Zeitüberding ist auch cool. Ich bin von der Schreie. Ich werde es hier. Ich bin von der Schreie. Ich bin von der Schreie. Ich bin von der Schreie. Noch ein Energiesplitter. Ne, das ist die Kugel. Die ist verschlossen. Noch nie machen wir die Kugel jetzt auf, wenn ich sie finden sollte. Vielleicht höre ich sie nur noch und sehe sie nicht. Ach hier. Komm her Kugel, du hast mein Geheimnis. Was für ein Sitzungsrätsel das ist. Okay. Irgendwann habe ich alles gefunden. Aber die Spitze muss ja irgendwie vernutzbar sein, oder? Noch nicht? Äh. Was für Ruhenspieler haben wir noch nicht? Äh. Sockeln. Kannst du schon irgendwie sockeln? Hm. Keine Ahnung, wie wir sockeln können. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir gerne mal reinschreiben. Ich habe keinen Plan. Können wir uns aber ein bisschen um hier. Ich habe keine Ahnung. Hurra Approche. Oh, ja. Ich gehe... Sief! Ich gehe! Ein Feuerstein, ein Questgegenstand. Hauswaffe haben wir gefunden. Dies ist meine vierte Nachtwache. Die ersten drei waren ruhig. Bis auf die Gerüchte, die sich unter uns verbreiten. Gerüchte über die Roga. Sie sind nirgendwo zu sehen. Doch da ist ein Leuchten am Horizont. Die Dörfer brennen. Und das Feuer könnte näher kommen. Ich glaube nicht, dass es noch viel länger ruhig sein wird. Okay, das Feuer kommt näher. Mal gucken, dass man geht zum Abschlachten hier. Oder zum Beispiel. Ich muss den Signalfeuerturm auf der anderen Seite des Friedhofs erreichen. Das ist Selbstmord, doch. Doch ich habe keine Wahl. Es ist unsere einzige Hoffnung auf Hilfe. Wenn es denn noch jemanden gibt, der ihn kann. Ich habe ein Stück gebrochen von ihm. Und... War nicht sehr clever von dir. Was ist das? Nicht sehr clever, die Leute hier. Nichts hier wegrollen. Ah, eine Rune. Mindestens eine Heilbronn. Wunderschön. Was ist das hier? Andesportal? Nee, doch hier ist Heilbronn. Alles klar. Da brauchen wir noch nicht. Also machen wir uns das später. Okay, der haut ein bisschen berger zu. Das war sein Freundesgebet. Okay. 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 Komm her. Wir haben bei uns die dicke Rüstung, die in dieser Welt kommen könnten. Oh. Eigentlich hat man nicht nachgesetzt. Wie bei Daxel wäre ich tot gewesen. Nur das wegen dann. Dann schiebe ich aber so ab. Die Hauen rein. Hat einen dritten Stock gemacht. Mir habe ich nicht gerechnet. Jetzt muss ich weiterlaufen, um alles zurückzuholen. Eigentlich ist der Boss hoffentlich nicht gespawnt. Oh, hier komme ich wieder raus. Okay. Jetzt falle ich aus den Seen, die muss ich wiederholen. Vorsichtig jetzt. Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? hey kommt auch her mein freund wir brauchen nur so viel aus, dass wir den dritten Schlag machen äh fliehen Schlag machen können, ne? die sind kein Problem, die schnellen ich höre jetzt mein Schild durch der große darf nicht respawn sein, doch ist er wir müssen siegen glaube ich einzeln sonst komme ich gerne dazu, das wollen wir nicht okay, Defense also zwei Schläge glücklicherweise so, wir dodgen oha, der kann einen Konterschlag gegen den Schild aufpassen na? komm her, komm her, komm her heikling er wagt doch nicht mehr anzugreifen ja bringt gar nichts, aber so immer richtig okay, die kriegen wir eigentlich schon Schaden rein eins okay, der ist stark, der Typ alle ein bisschen stärker hier, oh Gott Konterattacke oha, die hauen rein ich will nicht langlaufen diese Folge okay wir haben 3000 XP jetzt ein Tor, den ich haben möchte boah, mal 15 Glaube, glaube ich, ne? nur mein SGB kann ich verstärken wirklich, man geht jetzt in der Generation oh hier war es, mein Ausdauer zweimal hoch hier da dann fahr ich mal mit Magie ein bisschen jetzt ist es kapiert schon viel lernen wenn wir mal direkt oh, die war es mir hier lang hab ich nicht gesehen, mein Freund so, zack, zack und weg damit die Lage gerät außer Kontrolle die Dorfbewohner sammeln sich vor dem Kloster und verlangen Zuflucht wir können keine weiteren hereinlassen sonst verhungern wir alle Antanas hat uns befohlen, das Tor zu schließen ich verstehe seine Beweggründe aber das sind Menschen er sollte sie retten aha wow, eigentlich hat er na na weißt du, der Ausdauer hat gesagt aha macht so, macht voll chill dann so, macht voll chill dann so, weggeschossen ihr so, weg geschossen ihr easy okay, das wird auch liegen ne, tut er nicht alle blockiert, alles klar einfach ungenockt hier einfach ungenockt hier und was rausgefordert keine ahnung was ich zum Beispiel ausgelöst habe, aber machen wir mal weiter will ich will ich king da da keine Herausforderung die alle berechenbar schon, aber wir halten halt viel aus das war der Anfang hier gerade, ne? genau mal schilder okay keine schilder, langweilig ich ich gehe immer nur noch physischen Schaden rein, da bleibe ich bei denen, muss ich mal die erstmal anhabe ja, die spielen ja was anderes, aber zurzeit kriege ich noch physischen Schaden und und irgendwo runter hier äh anscheinend nicht das ist wo wir unten weitergehen zum friedhof auf hier ist das portal vom boss, alles klar oh god, was ist das denn? wow oh hab mich abgewehrt, ne? ja, haben sie so au wir heilen uns sogar mal jemanden töten damit sehr schön und zack sind ein Heilbronn noch? wäre sehr nett aber sind zwei geil und ne kiste trotz und hammer und durch oh, viel tränk habe ich jetzt cool äh, wir haben noch exp für ein spell und nicht ganz werden hatte gut äh dann verstärke ich mal mein Gebetsbäll Bestrafung kostet 15, glaube okay ein Schädel, auch ein Gegenstand zum Beschwören wahrscheinlich oh, hi Harkin da bist du ja endlich schnell wir dürfen keine Zeit mehr verlieren was machen deine Wunden? einer der Mönche hat meine Wunden versorgt ich kann vielleicht keine Klinge schwingen aber verbluten werde ich auch nicht mehr so schnell also, was soll ich tun? wir müssen verhindern, dass die Roga Herrscher in unsere Welt kommen das hier ist eine Wegpforte, Harkin der Ort, um den das ganze Kloster einst gebaut wurde von der anderen Seite aus gelangen die Roga hierher und wenn ich dort bin, wie kann ich sie aufhalten? das Reisen durch Dimensionen erfordert große Mengen Energie halte dort drüben Ausschau nach einer starken Energiequelle ähhh ja warum hast du gerade mich aus dem Kerker geholt? verzweifelte Zeiten, Harkin ich habe dich und die anderen befreit weil wir zähe Männer für eine schwere Aufgabe brauchen ich vergebe deine Verbrechen nicht noch heiße ich sie gut aber nach dem, was du bisher getan hast muss ich sagen, du schlägst dich ganz gut was ist deine Rolle bei all dem? es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Welt nicht im Chaos versinkt und Antanas kenne ich schon seit Ewigkeiten genug geredet wir müssen herausfinden, wie wir Antanas Luft zum Atmen verschaffen können genug geredet gehen wir sichere erst dieses Gebiet, Harkin erst dann können wir weiter auf dem Friedhof ist ein Herrscher er muss besiegt werden, bevor wir fortfahren können den Herrscher zum Friedhof besiegen, alles klar hallo mein Freund ich habe gehört, du machst da gerne Schwerten im Koffer der ist ein bisschen größer nicht wahr? Aua 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 Ok, der macht immer schade, dass man in der Axt aushält, der ist ein bisschen härter. Ok, der ist hart, warum er selbst in den Boden kommt. Scheiße, der ber 옮owany. där äh. . . . . . . So, das spart Licht. Ein Hand auf den Rock. Gebrettst du halt? Okay, wir hätten noch was machen sollen. Wir sind gestorben. Können wir weglaufen oder sollen wir in die Zonen reinlaufen sollen? Hm. Der Zonenbring auf jeden Fall nicht, der macht mal magischen Schaden. Dann nehmen wir ein kleines Schild mit. Haben wir ein Drachen Schild. Der macht nur auf alles. Ja, das Bollwerk kann man haben. Da ist mal 40 auf alles. Okay. Okay. Noch ein Schild. Okay. Okay. Noch ein Schild. Aua. Aua. Ach, verdammt. Er tut mir direkt raus. Das ist mies. Verdammt. Ich hab die falsch genommen, haha. Oh ne, ich hab den Scheiß wieder. Ich hab den Scheiß wieder. Ich hab den Scheiß wieder. Aber immer noch, muss ich mich jetzt reinstellen oder muss ich weglaufen? Aber ich würde sagen, das geht es in der nächsten Folge. Da können wir ja mal einen Tipp hier unten in der Folge, was wir allerdings nicht machen müssen. Bis dann. Tschüss.